Es haben mehr als eine halbe Million Leute an diesem Gewinnspiel teilgenommen. Mit Zusammenarbeit mit dieser Firma, wie gesagt, produzieren lassen. Der Preis der Shisha sollte sich auf 260 Euro belaufen. Das war für die Fans ziemlich krass und es gab einen riesigen Shitstorm. Rapper Nemo hat sich dazu geäußert. Das Video könnt ihr euch gerne unten in diesem Videobeschreibungslink reinziehen, meine lieben Freunde. Und zwar dreht es sich um das sogenannte Gewinnspiel. 1000 verkaufte Einheiten binnen 24 Stunden. Danke an alle. Das wird noch viel, viel besser. Nemo, was meinst du? Eins können wir verlosen. Was hältst du von einem Gewinnspiel? Ja, also wie gesagt, es gab 1000 verkaufte Einheiten, meine lieben Freunde. Das bedeutet, Nemo hat mit den Shisha-Verkäufen ca. 260.000 Euro gemacht. Wenn man das hochrechnet, ist das auf jeden Fall ein sehr schönes Sümmchen. Passend zu dem immensen Umsatz an dieser Shisha und das Interesse an diesen Produkten, hat sich Nemo überlegt, er haut ein schönes Gewinnspiel raus, indem er nur eine Shisha verlost, was auch meiner Meinung nach ziemlich mager und ziemlich geizig ist. Ja, ich meine, wie viel Kohle hast du mit den Shisha-Verkäufen gemacht? Komm, hau doch mal nochmal 10 weitere davon raus. Digga, was war eine Shisha? Was ist los mit dir? Was ist denn los mit dir, meine lieben Freunde? Ja, also immens viele haben sich dazu gemeldet, da an diesem Gewinnspiel mitzumachen. Rapper Nemo hat sich dazu geäußert, meine lieben Freunde. Es gab nämlich ein riesiges Problem an dieser ganzen Geschichte. Zieht euch dieses Video rein, meine lieben Freunde. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr hier am Start gewesen seid. Und ich wünsche euch was. Peace and out! Wir sind gerade dabei, alles zu geben, uns von jeglicher Seite Hilfe zu holen, zu auslosen. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Es tut mir leid, dass wir es bis heute nicht bis 19 Uhr geschafft haben. Aber was kann ich machen? Ihr seid zu krass, Wallah, Billah. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Ihr werdet nicht enttäuscht. Wir werden die Sache so schnell wie möglich bekannt geben. Kiki! Was sagt ihr dazu? Schreibt mir eure Meinung bitte unten in die Kommentare. Das war es mit diesem schönen Video. Ich danke euch. Peace and out! Bis zum nächsten Mal.